hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen update unserer picks für die gameweek 238 ja es haben sich ein paar als top oder flop herausgestellt und wir werden uns jetzt alle mal kurz im detail anschauen kommen wir zu unserem ersten flop wobei ich jetzt ungern flop sagen würde denn juan di neno von den pumas aus der mexikanischen liga eigentlich ein begnadeter stürmer wie wir hier auch sehen ja der war verletzt längere zeit und hat die ersten zwei spiele nicht bestritten und ich habe eigentlich darauf spekuliert dass er gleich einschlägt vor allem weil sie definitiv als favorit im heimspiel unterwegs waren und ja er hat leider aber nur 28 minuten gespielt wurde erst spät eingewechselt konnte keine impulse mehr liefern und als stürmer spät eingewechselt ohne decisive wird es schwierig zu punkten daher hat er seinen schnitt erst mal noch weiter nach unten korrigiert deswegen von meiner seite auch noch nach wie vor eine kaufempfehlung weil der wird sich hier wieder ein pendeln ist einfach ein guter mann der nächste flop der allerdings noch jung genug ist würde ich mal behaupten dass er das wieder korrigieren kann ist alexis flip von der hat ja gegen psg zu hause spielen müssen wir sehen hier 4 0 klatsche kassiert ja der grund warum eigentlich ein flop ist es dass er nicht starter war und ja erst in der 90 mal in 80 man eingewechselt wurde und ja das hat sich so ein bisschen abgezeichnet und das war jetzt eher so ein pick der hoffentlich auch mal wieder ausschläge in diese richtung hat und auch mehr spielzeit bekommt wie früher ansonsten der ist ja noch jung der ist noch recht günstig wenn er spielt jetzt noch über zwei jahre u23 daher ja gegen paris auswärts ist halt nicht viel zu holen aber ja so kleiner flop würde ich jetzt mal behaupten kommen wir zu unserem ersten top und der ist ricardo escaio von sporting der hat ja ganz okay gespielt zumindest deutlich besser als das was er hier noch in der wertung hat und deswegen zählt da als top er hat er haben zwar verloren 1 zu 2 und er hat halt aber hier auch wie wir sehen nicht voll gespielt nur hier voll gespielt und 16 gepunktet ist natürlich katastrophe und er hat jetzt hier wenigstens mal wieder durch gespielt 90 minuten hat halt einfach nicht all around und auch kein decisive geliefert aber das kann er definitiv wieder und der wird ja schon wieder dahin kommen wir sehen hier einfach noch einem tiefen loch und ja an den jungen glaube ich und er hat zumindest in dem einen spieltag schon gezeigt dass er mehr kann unser nächster top ist marco rente der vorletzten spiel ausgefallen ist und jetzt gleich praktisch ohne wirklichen decisive durchgespielt hat und 59 punkte das ist dann immer sehr ordentlich sie haben zwar zuhause nur unentschieden gespielt gegen die eagles aber ja stimmt mich positiv vor allem dass er seine 34 da aus der wertung bekommt und dass er auch mal wieder seine vorlagen gibt oder beziehungsweise einfach ja zu null spielt und entsprechend gut punktet als innenverteidiger dann unser flop vom letzten mal hat sich jetzt heute zum top entwickelt ja der junge ist 19 jahre alt und hat noch einiges vor sich meiner meinung nach er hat gegen zimbabwe bei der 2 zu 1 niederlage nicht gespielt beim africa cup und das war enttäuschend für mich weil ich damit gerechnet hätte wir sehen es hier hat halt jetzt die 21 mal aus der wertung bekommen und er hat heute ohne wirklich nennenswerte decisive also keine vorlage irgendwas einfach mal 62 punkte geholt das ist immer ein gutes zeichen da bringt er einfach seine leistung und ja der wird sich da schon noch steigern allerdings sind sie jetzt rausgeflogen 0 zu 1 gegen gambia verloren der das heißt er wird jetzt wieder versante tieren auflaufen ja wo ein bisschen fraglich ist ob er den spiel oder wie viel spielzeit er denn bekommt dann für mich die größte überraschung des spieltags hätte ich so nicht damit gerechnet wir sehen hier den haben wir hier vorgestellt 22 punkte geholt 31 punkte immer nach 90 minuten hier nach 76 minuten tatsache einen punkt also der hat wirklich einen antilauf gehabt aktuell und er hat sich halt jetzt wirklich bei einem 0 zu 0 hat er sich bewähren können mit 76 punkten auch ohne die size aber all around einfach sehr sehr gut abgeliefert und ja der ist nach wie vor recht günstig wenn er seine 1 da mal wieder aus der wertung hat und vielleicht auch die 22 also der wird die nächsten 4-5 spieltage hoffentlich ja wenn er ein bisschen daran knüpfen kann an der letzten leistung dann wird er im wert sich ganz gut entwickeln gut das war's mit unseren tops und flops von gameweek 238 5